Kapitel 7 Spuren der Vergangenheit Die Sonne zwängte sich langsam durch die Baumkronen hindurch. Ein roter Schein begann den Wald zu erleuchten. Nach seinem ersten Treffen mit Inferno war Flamme motivierter als noch zuvor, inzwischen fast überzeugt von der Reise. Zwar wusste er immer noch nicht, was ihm bevorstand oder was genau Inferno nun war, doch es gab einen Grund. Es gab wirklich einen Grund, aus welchem er auserwählt war. Es war die rationale Erklärung, die er all die Zeit gebraucht hatte. Und doch war es eine rationale Erklärung, welche er noch nicht teilen wollte. Zwar vertraute er Soll und Galoppa, doch gleichzeitig blieben ihm selber zu viele Fragen offen. Inferno hatte versprochen, ihm mehr zu erklären, wenn er Flamme irgendwann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen könnte. Auch wenn das Vulpix nicht ganz verstand, wie dies gehen sollte, da laut seiner eigenen Aussage Inferno schließlich er selber war. Mehr tun als abwarten konnte er allerdings nicht, um dies festzustellen. Irgendwie würde diese Seelenglut einen Weg finden. Allerdings, bis er selber nicht alles erklären könnte, würde er die Existenz des inneren Wesens für sich behalten. Stattdessen sollte der Fokus nun auf der Reise in die Einöde liegen. In die... Wüste. Es dauerte nicht lange, bis in der Ferne vor dem Trio ein eigenartiger Anblick begann, sich zu erstrecken. Zwischen den fernen Bäumen war... Etwas... Anderes. Etwas Fremdes. Nicht wie all die Birken und die Tannen und die Eichen und die Buchen und all die anderen Bäume des Waldes. Ist das diese Leere? Sind wir bald da? Ruhig nickte Galoppa. Ja, passt auf, wenn wir uns nähern. Das grelle Licht wird für euch sehr ungewohnt werden. Grelles Licht? Warum ist es da heller als hier? Galoppa wickte etwas amüsiert von der Frage, gab jedoch trotzdem eine sachliche Antwort. Naja, es ist eben kein Wald. Dort stehen keine Bäume, die das Sonnenlicht abhalten. Denn dort gibt es keinen Schatten. Selbstverständlich würde das Element der Reisenden dieses Hindernis für sie kleiner machen, als es für viele andere wäre. Doch trotzdem würde die Hitze eine Herausforderung werden, wenn man nichts derartiges gewohnt war. Inzwischen erblickten auch die beiden Brüder jenen Ort, welchen viele ihrer Freunde und Bekannten noch nie überhaupt erblicken durften. Und hier sollen wir die nächsten 24 Stunden verbringen? Naja, wenn wir nicht zu langsam sind, schaffen wir es in 19. Aber in jedem Fall die Nacht, ja. Und guckt mal. Auch wenn es durch die Ladung, welche auch ohne Fukano noch schwer genug war, etwas schwierig war, erhob Galoppa einen Huf und zeigte in eine Richtung leicht rechts von sich. Guckt mal nach da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr etwas erkennt, ohne die Sonne so gewohnt zu sein wie ich. Was der Lieferant zuvor gesagt hatte, war durchaus die Wahrheit. Mit etwas zusammengekniffenen Augen brauchte Flamme einen Moment, um sich irgendwie an das grelle Licht zu gewöhnen. Wirklich etwas sehen konnte er auch nicht dort, wo angeblich etwas zu sehen sein sollte. Sein Bruder schien allerdings weniger Probleme zu haben. Irgendetwas Graues ist da. Sieht aus wie ein Felsen. Was genau ist das? Galoppa wickte recht überrascht. Aber auch zufrieden. Dass tatsächlich einer seiner Begleiter das Landschaftsmerkmal entdeckt hatte. Ein Felsen würde ich es nicht nennen. Es sieht nur so aus, da es so weit weg liegt. Aber das, was du da hinten siehst, ist der Vulkan. Dort leben die Bewohner des anderen Dorfes. So viel weiter weg, als man je im Wald blicken konnte. Tagesreisen entfernt von der Heimat. Und trotzdem hatten sich die Völker die Mühe gemacht, sich zu bekriegen. Den Weg haben sie auf sich genommen, nur um Krieg führen zu können. Wenn man sich sogar anstrengen muss, am einander nicht aus dem Weg zu gehen. Wie haben sich die Dörfer überhaupt gefunden? Zum ersten Mal schien das Vulpix eine Frage gefunden zu haben. Die selbst seinen sonst so weisen Reiseführer an seine Grenzen brachte. Das ist ehrlich gesagt Wissen, welches in der Zeit verschollen ist. Der Krieg ist so lange her, dass selbst die Erzählungen an damals heutzutage völlig verschwommen sind. Alles, was vorher geschehen ist, ist ohnehin ferner als die Sterne am Himmel. Antworten darauf werden wir wohl nie finden. Mysterien der eigenen Welt, verloren in alten Zeiten. Irgendwie fiel es flammisch schwer zu glauben, dass es wahrlich nicht möglich wäre, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Doch auch wenn sich in ihm eine innere Neugier zeigte, wusste er, dass es deutlich Wichtigeres gäbe. Nämlich erst einmal diese Wüste zu durchqueren. Wäre der Stamm des Waldes in jeglicher Form ein anderer, als er es letztlich ist, würde diese Reise um ein Vielfaches schwieriger werden. Allerdings, zum Glück aller, waren es Feuer-Pokémon, die die Wüste hier durchquerten. Dieser Ort war auch der alleinige Grund, weshalb Galoppa die Transporte ins Vulkandorf und von dort in seine Heimat übernahm. Die Pflanzen-Pokémon des anderen Dorfes hätten immense Schwierigkeiten bei der Durchquerung der Wüste. Die einzige Schwierigkeit, die jedoch in dieser Gruppe auftrat, war die Laune mancher. Ja, ich hatte mich so darauf gefreut, den Wald zu verlassen. Ich dachte, ich könnte etwas Besonderes sehen, was nur die wenigsten unseres Stammes hier sehen würden. Tust du das nicht? Nun, es sind vielleicht nicht die wenigsten, aber doch genug, die es noch nie haben. Es ist wirklich ein Privileg, dass du hier sein darfst. Das Problem ist nicht, dass zu viele gesehen haben, sondern dass es nichts Besonderes ist. Was ist denn alles das hier? Sand und nichts als Sand. Wenn man Glück hat, sieht man in der Ferne sogar mal einen Stein. Galoppa wirkte, anders als soll selber, recht amüsiert. Naja, was hast du denn erwartet? Es hat Gründe, dass wir im Wald leben und nicht hier. An diesem Ort könnte man vermutlich nicht einmal leben. Dieses Mal musste auch Flamme innerlich zustimmen. Leben an einem Ort wie diesem wäre selbst ihm zu langweilig. Und Flamme war das Pokémon, welches den Gedanken eines großen Abenteuers von Anfang an verabscheut hatte. Um sich hier nicht zu langweilen, musste man sich beinahe ein Spiel daraus machen, irgendwie zu versuchen, etwas Besonderes zu entdecken. Und, wenig überraschend, war das Spiel eine Zeitverschwendung, da es nichts Besonderes zu entdecken gab. Zumindest nicht in der Ferne. Erst als Flamme sich so versuchte abzulenken, bemerkte er das seltsame Gefühl, welches von seinem Beutel auszugehen schien. Der Osten, eine hohe Düne, war, wohin das Gefühl, das Wulpix zu ziehen schien. Nahezu unbewusst driftete er vom eigentlichen Weg ab, was auch Galoppa auffiel. Wir wollen keine Umwege nehmen, Flamme. Die Wüste ist öde genug, hier geht's lang. Kurz stoppte sich der Krieger, unsicher, ob er etwas sagen sollte. Aber dieses Gefühl musste vom Forstkristall ausgehen. Und wenn es das wirklich tat, dann konnte es doch nicht unwichtig sein. Es war definitiv ein Argument, welches auch seine Begleiter überzeugen musste. Ich weiß, der Vulkan liegt nicht dort, aber... Der Forstkristall. Es fühlt sich genauso an wie bei der Prüfung, als es mich zur Höhle geführt hat. Irgendwas muss dort hinten sein. Ganz wie erwartet, wirkte Galoppa nicht sonderlich glücklich mit dem Gedanken, die Düne zu untersuchen. Doch gleichzeitig wollte er nicht dem Kristall widersprechen. Naja, wenn das so ist, aber wir gucken nur kurz. Wenn dort nichts ist, wie überall in der Wüste, gehen wir weiter. Wir können nicht zu viel Zeit verschwenden. Wie überall in der Wüste. Galoppa war sich offensichtlich sehr sicher, dass dieses Gefühl nichts zu bedeuten hatte. Aber Flamme war sich sicher. Er vertraute völlig in diesen Stein. Dieser Gegenstand war, was ihn auserwählt machte. Die Düne, welche die Truppe so bestieg, war die wohl höchste in der gesamten Umgebung. Dementsprechend anstrengend war der Aufstieg in sengender Hitze in der strahlenden Sonne. Auch Soll wirkte nicht unbedingt begeistert vom Vorschlag seines Bruders. Gerade da er nicht verstand, was genau denn so ein Ort überhaupt theoretisch bieten könnte. Und... Naja... Dies konnte Flamme auch nicht erklären. Aber es musste etwas geben. An der Spitze der Düne angekommen, bot sich ein sehr erwarteter Anblick. Sand. Sand überall, soweit das Auge reichte. Ja, da haben wir was ich erwartet habe. Gut, dann können wir dem Weg weiter folgen. Warte, nicht zu schnell, es muss hier irgendwas geben. Der Lieferant versuchte noch geduldig zu bleiben, auch wenn es ihm eindeutig schwer fiel. Diese Wüste bägt nichts als Sandflamme und selbst wenn dem anders wäre, wären Funde wahrscheinlich metertief im Sand versunken. Was denkst du denn geschieht hier gleich? Wir laufen drei Meter weiter und der Sand verschwindet. Verzweifelt versuchte Flamme seine eigene Unwissenheit zu überspielen. Natürlich nicht. Aber glaubst du etwa, dass Terros Kristall uns fehleiten würde? Du hast mir doch selber gesagt, ich soll der Terros vertrauen. Und das tue ich auch. Aber weißt du was ich glaube? Dass dein Gefühl nicht vom Kristall kommt, sondern dir die Hitze einfach nicht bekommt und du dir das einbildest. Also, gehen wir. Zornig versuchte Flamme irgendwie sein Recht aufzuzeigen, aber er wusste nicht wie. Frustriert trat er in den Sand zu seinen Füßen. Nur um Schmerzerfüll zurückzuschrecken. Da ist irgendwas im Sand. Fuck, welcher Vollidiot hat das da hingelegt? Nun hat er die Aufmerksamkeit seines Bruders direkt gewonnen. Da ist etwas im Sand? Aber woher? Sofort machte er sich daran, an jener Stelle zu graben, an welcher Flamme sich gestoßen hatte. Und es dauerte nur Momente, bis das Fucano etwas freilegte. Eine steinige Kante. Nun war auch Galoppa völlig überzeugt. Vor allem, da er die Form erkannte. Aber das sieht aus wie ein Hausdach. Das kann nicht sein, wir sind hier in der Wüste. Hier kann es doch keine Häuser geben. Dafür müsste hier jemand gelebt haben. Nun wieder von seiner schmerzenden Pfote abgelenkt, blickte auch Flamme zum Gegenstand, welcher dort verschollen im ewigen Sand schlummerte. Galoppa hatte recht. Abgesehen vom Material, sah diese Kante genauso aus wie jene der Dächer ihres Dorfes. Aber das hieße, dass es hier wirklich einmal Leben gegeben haben musste. Doch selbst wenn es so war, weshalb hatte der Kristall sie hergeführt, um dies zu entdecken? Es hatte keine Bedeutung für die direkte Reise. Aber wenn es vielleicht unter dem Sand noch mehr Häuser gibt, dann könnte das heißen, dass es hier irgendwann auch ein Dorf gab. Wäre so etwas irgendwie vorstellbar? Ein drittes Dorf hier zwischen den anderen beiden? Wortlos startete der Lieferant auf das Gebilde, ohne zu antworten. Er hatte mit einer gewöhnlichen Reise ins Vulkandorf gerechnet, jedoch nun etwas gefunden, das je nach wahrer Bedeutung vielleicht Geschichte neu schreiben könnte. Ich, äh, eigentlich würde ich Nein sagen, aber dieser Fund spricht anders, warum auch immer Terrus uns dies zeigen wollte. Ich werde sicher gehen, dass es weiter untersucht wird. Sol, Flamme, lasst uns für heute weiterreisen. Aber ich werde beiden Dörfern von unserem Fund berichten, damit wir vielleicht Nachforschung oder sogar Ausgrabung starten können. Siehst du, also war es doch gut, dass wir hergekommen sind. Diese Art von Selbstgefälligkeit war eindeutig nicht, was Skaloppa gerade für sinnvoll erachtete. Irgendwelches Recht oder Unrecht haben ist gerade wirklich nicht wichtig. Wenn es wirklich ein drittes Dorf gab, dann wäre alles eine Lüge, was unsere Dörfer vermittelt, Flamme. Es geht hier um so viel mehr. Das hier könnte der erste Schritt zu einer verlogenen Vergangenheit sein, der erste Schritt zur vollen Wahrheit. Während Sol ebenfalls unsagbar begeistert von dem Fund wirkte, war Flamme eher genervt. Erst hatte Galoppa an ihm gezweifelt und jetzt, wo er seinen großen Fund gemacht hatte, diskreditierte er ihn komplett. Aber sich zu beschweren, hatte wohl auch keinen Sinn. Stattdessen verließ die Gruppe die Düne wieder und hinterließ ihren Fund fürs Erste. Geschichte könnte neu geschrieben werden. Und dies alleine durch Flammes Fund. Aber vielleicht dürfte er sich auch nicht selber den Ruhm dafür geben. Immerhin hatte Terrus ihn an diesen Ort geführt, nicht sein eigener Instinkt. Aber egal wäre es ohnehin. Denn noch stand in den Sternen, ob das Vulpix überhaupt je erfahren würde, wie die Bewohner seines Dorfes mit dem neuen Wissen umgehen würden. Denn es war immer noch das Erste von vielen Zielen, welches sie bald erreichen würden. Untertitelung aufgrund des Zielen von früher